Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark-Schneggel-Reviews zu einer weiteren Spin-Master-Figuren-Review. Heute holen wir uns den T-Shirt hier mal aus der Verpackung raus. Wir gucken uns heute den Bronze-Tiger an. Auch, ich denke mal, hier wieder für viele erstmal einen Charakter, den man so großartig nicht kennt. Und auch da, sage ich jetzt mal, gibt es eine kleine Bio, die ich euch kurz ein bisschen erzählen könnte. Soweit ich weiß, ist der Bronze-Tiger eigentlich nur ein Codename. Er war ein professioneller Kampfsportler. Sein richtiger Name ist Ben Turner. Und Ben Turner hatte eigentlich für eine Geheimorganisation, für einen Geheimdienst gearbeitet und sollte gegen die Liga der Assassinen kämpfen. Die Liga der Assassinen, ihr wisst schon, Ra's al Ghul, seine große Assassinen-Gilde. Und das lief leider ein bisschen schief. Er wurde dort gefangen genommen, wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Und ja, er hat von fortan dann halt auch für die Liga der Assassinen als Auftragskiller gearbeitet. Die meiste Zeit ist er eigentlich in Central City unterwegs. Also auch da würdet ihr ihn wahrscheinlich antreffen. Ja, unter anderem könnte er zum Beispiel auf dem Flash treffen oder irgendwie sowas. Also ich meine sogar, Bronze-Tiger war mal auch bei einem Suicide Squad. Aber wer war nicht beim Suicide Squad? Ansonsten, ja, was hat er noch für Fähigkeiten? Eigentlich, ja, so das Übliche. Wie gesagt, er ist Kampfsportmeister. Er hat extrem gesteigerte Sinneswahrnehmung. Seine Körperkräfte und seine Ausdauer sind verstärkt. Und er hat natürlich auch noch erhöhte Reflexe. Also er ist relativ stark und schnell wie ein T-Jahr. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Bronze-Tiger jetzt mal ein bisschen genauer an. Als erstes natürlich hier wieder die Spin-Master-Verpackung. Ihr kennt das Spiel für diejenigen unter euch, die das nicht kennen. In diesen kleinen Figuren-Verpackungen verbergen sich dann immer kleine Accessories, die wir hier auf der linken Seite halt sehen. Wir wissen nicht, was genau da drin ist. Da gibt es wieder verschiedene, ja, Versionen der Accessories, die dann auf einem Thema halt basieren. Aber das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ansonsten seht ihr den Bronze-Tiger hier natürlich schon auch. Diese Figur ist aus der First Edition von Spin-Master ab drei Jahren aufwärts. Das sind relativ günstige Figuren, die ihr euch aber als DC-Fan auf jeden Fall mal angucken solltet. Weil ich finde, die sind persönlich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Auf der Rückseite haben wir auch hier wieder vier Missionen, die ihr eventuell kriegen könntet. Also vier Missionen, wo dann auch halt die Accessories zupassen. Wir haben hier bei eins zum Beispiel, ja, die Sewers. Dann haben wir die Dächer von Gotham, die Straßen von Gotham oder halt hier auch den Dschungel. Das kennt ihr aber auch wahrscheinlich schon alles, wenn ihr die anderen Spin-Master-Reviews gesehen habt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Accessories an und ich öffne wie immer die Verpackung. Dazu gibt es an der Seite hier natürlich wieder diesen kleinen Schnipsel, den ihr rausziehen könnt, der jedes Mal, wirklich jedes Mal bei mir nicht vernünftig aufgeht. Ich mache es mal so. Und dann könnt ihr das Ganze theoretisch einfach hier aufklappen. Ist zwar noch hier oben befestigt, aber das könnt ihr dann einfach hier so abziehen. Und dann gucken wir mal, was wir für eine Mission gekriegt haben auf der linken Seite. Da sehen wir einen Batman. Oh, sehr cool. Wir haben also die Mission auf den Dächern von Gotham City. Und auch hier sei noch mal gesagt, dieser Part hier, den ich euch jetzt gerade zeige, den könnt ihr notfalls austrennen oder solltet ihr sogar austrennen. Das ist nämlich eine kleine Collection Card. Die sind allerdings auf einem sehr dünnen Pappmaterial. Also müsst ihr halt gucken, ob ihr das cool findet. Ansonsten lasst es einfach da drin. Das passt schon so weit. Und hier haben wir natürlich jetzt wieder unser Lieblings-Gadget. Hier in diesen drei kleinen Batman-Symbolen. Dahinter befinden sich dann halt die Accessories. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal den ersten hier auf. Wieder eingedrückt. Schön Adventszeit hier. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein Schild, oder? Oh, cool. Oh, der sieht sogar richtig geil aus. Da bin ich ehrlich zu euch. Das Ding gefällt mir. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen für euch in die Kamera rein. Da ist ein orangener Schild mit einem Tiger-Symbol drauf. Und das sieht richtig gut aus. Und ich muss dazu sagen, ich bin gerade begeistert. Denn in den letzten Figuren hatte ich das Problem, dass da die Accessories angefärbt waren. Wahrscheinlich hier von dieser Inbox hier. Aber hier ist alles cool. Gefällt mir. Hat sich das ein bisschen verzogen oder soll das so sein? Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Also das ist schon mal das Erste. Und natürlich auch für diejenigen unter euch, die jetzt das erste Mal eine Spin Master Review sehen. Ja, die sind natürlich alle einfarbig, etwas bunter gestaltet, weil die Figuren ja auch eigentlich eher für die jüngeren DC-Fans sein sollen. Aber ich finde es persönlich sehr, sehr cool gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Sehr interessant, sehr interessant. Da kommt jetzt eine, ja, eine Tigerkralle, würde ich mal sagen. Auch hier nichts verfärbt. Alles sehr schön. Oh, die sieht auch sehr gut aus. Na, also wirklich hier auch nochmal ein schönes Accessory für den Bronze Tiger. Na, dass er hier auch nochmal extra schön mit seiner Tigerkralle gegen Batman kämpfen kann. Auch nice. Sogar die Farbe gefällt mir. Und die bin ich ehrlich zu euch. Was haben wir denn als letztes drin? Als letztes, oh, was ist das? Was ist das? Was ganz anderes. Äh, ist das für Batman? Leute, ich bin verwirrt. Was ist das? Das sieht aus wie eine Shoulder Cannon. Schaut mal. Und dann in Silber gehalten. Die hat sich hier sogar ein Gelenk dran. Uh, jetzt geht's ab. Ihr könnt das hier ganz normal wieder reinstecken. Wartet mal so. Aber es ist, es ist eine Shoulder Cannon, oder? Ich weiß es nicht. Das gucke ich mir gleich mal genauer an. Ich glaube sogar, dass das auf den Bronze Tiger hinten auf den Rücken drauf kommt. Sehr interessant. Also schöne Accessories. Dieses Mal bin ich echt begeistert davon. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal den Tiger aus und gucken mal, wie der gemacht ist. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Accessories im Zusammenspiel mit dieser Figur funktionieren. Bevor wir das machen, aber natürlich schnell nochmal den Beipackzettel gecheckt. Ich liebe Beipackzettel. Das erinnert mich einfach so an die alten Kennerzeiten, wo es dann auch die Batman-Figuren gab. Die Beipackzettel waren immer sehr, sehr genial. Aber hier habt ihr nochmal natürlich die vier Szenarien, die wir dann halt hätten wählen können oder die wir halt gekriegt hätten. Also hier hätten wir jetzt, es steht irgendwo auch oben drauf, glaube ich. Es stand, es stand jetzt nicht auf Deutsch. Hier, Showdown in der Kanalisation ist hier die 1. Dann haben wir hier Rivalen auf dem Dach. Die 2 Straßenkampf wäre die 3 und Kampf im Dschungel wäre dann hier die 4 gewesen. Also wir haben hier den Kampf auf den Dächern von Gotham City. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Das Ganze auch mit dem Batman-Symbol. Und auf der Rückseite, da könnt ihr natürlich wieder so ein bisschen abhaken, was ihr hier für Figuren gekriegt habt. So, lasst mal schauen. Wir sind hier auf Reihe 2. Kampf über den Dächern. Da sehen wir jetzt zum Beispiel hier auch unseren Bronze Tiger. Da könnten wir jetzt ein Häkchen machen. Wir haben hier Firefly. Den habe ich euch auch schon gezeigt. Robin und natürlich auch Batman am Start. Und hier gibt es jetzt Sachen, die ihr dann halt auch an eine Batman-Figur halt anbringen könnt. Ich hatte in einem der letzten Reviews, ich glaube bei Firefly, einen Helm gehabt. Aber der Helm war in gelb. Na, ähm, in gelb, in gelb. Gibt es das hier zufällig? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier auch super rare Figuren. Schaut euch allein mal diesen Batman an. Der ist natürlich komplett hier in, äh, ja, Orange-Gold gehalten. Finde ich auch sehr nice. Also, coole Sachen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, liebe Leute, ich sehe gerade tatsächlich das letzte Mal mit den Verfärbungen. Das war Absicht. Da muss ich tatsächlich jetzt mal meine Meinung zurücknehmen. Es ist wirklich Absicht gewesen. Hier unten ist Talon. Talon habe ich euch gezeigt. Da war doch auch hier die Eule mit dabei. Wenn ihr das nicht gesehen haben solltet, ich verlinke es jetzt mal euch hier oben, wenn ich es nicht vergesse. Und das war alles sehr dreckig. Aber schaut mal hier drauf. Ihr seht auch da, die Eule ist auf dreckig gemacht. Die Dolche sind auf dreckig gemacht. Und auch diese andere Waffe, das ist alles auf dreckig gemacht. Das war tatsächlich so Absicht. Oh, also, da muss ich mich entschuldigen. Das soll so sein. Auch wenn es wirklich aussah, als wäre da irgendwas draufgeschmiert. Aber das ist mal sehr, sehr interessant gewesen. Hm, okay. Na gut, dann wissen wir also, dass es keine Absicht war und können jetzt beruhigt weitergehen und uns die Figur endlich mal angucken. Und ich muss sagen, okay, sehr interessant. Wäre jetzt nicht mein Wahlcharakter gewesen, aber es ist interessant, den Bronze Tiger Sort mal zu sehen. Da kommen so leichte Turtles Vibes gerade bei mir hoch. Denn da hatten wir ja auch einen Tiger mit dabei. Okay, also, das erinnert mich schon stark an eine Playmates-Figur. Aber, ja, in Sachen Playmates ist Spin Master zumindest was Beweglichkeit und alles anbelangt, ja, um einiges besser, wenn ich ehrlich zu euch bin. Ja, ansonsten, wer das jetzt noch nicht weiß, die Figuren von Spin Master sind natürlich auch sehr klein. Der Bronze Tiger ist hier elf Zentimeter hoch. Das ist jetzt keine große Sache, aber ist völlig okay auf jeden Fall. Schöne kleine Actionfiguren. Und ich muss sagen, was ich sehe, gefällt mir auch sehr gut. Also, die haben hier die ganzen Tiger Stripes richtig schön raufgesetzt. Die Augen, ja, der Paint Shop ist hier und da minimal sloppy, aber ihr könnt die weißen Augen erkennen. Er hat seinen Maul offen, wo wir dann natürlich auch noch schön die Zähne und die Zunge sehen können. Und dann haben wir hier natürlich auch so ein bisschen rüstungsmäßig was am Start. Wir haben hier jetzt irgendwelche Holster oder sowas. Der Rest von seiner gesamten Rüstung ist allerdings nur, oder Uniform, ist halt nur in diesem Grau gehalten. Aber die Details sind immer sehr, sehr schön. Auch da, schaut mal, wenn wir auf die Rückseite gehen. Auch da gibt sich natürlich Spin Master Mühe und wird auf der Rückseite hier auch nochmal schön, ja, bemalt alles. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Sogar ein kleines Schwänzchen ist mit dabei, wie ihr einen Tiger halt haben müsst. Auf jeden Fall sehr cool gemacht. In den Comics übrigens, Leute, ist es so, dass der Bronze Tiger teilweise einfach auch nur normal menschlich ist und dann nur eine Tigermaske trägt zu seiner Rüstung. Das hier ist dann eher schon, sage ich mal, so eine mutierte Version. Wirklich ein richtiger Tiger, also ein Tiger-Hybrid. Das finde ich persönlich auch sehr interessant gemacht, das Ganze. Er hat hier noch Armschützer, die sind hier im normalen Grün gehalten. Und ansonsten muss ich sagen, er ist cool gemacht. Cooles Skyping für so eine kleine Figur. Auf jeden Fall, wer den Bronze Tiger jetzt so noch nicht kennt, der dürfte hier auf jeden Fall auf seinen Geschmack kommen. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz Beweglichkeit. Denn das ist ja auch das, was die Spin Master Figuren tatsächlich sehr interessant machen. Für so kleine Figuren, wie gesagt, elf Zentimeter ungefähr, haben die eine recht coole Beweglichkeit. Der Kopf ist ganz normal nur nach links und rechts minimal beweglich. Das ist der einzig richtig eingeschränkte Part. Also mehr als so geht bei einem Bronze Tiger halt nicht. Aber die Arme sind zum Beispiel auf Ratchet Joints, die ihr sehr weit auch nach oben packen könnt. Wirklich sehr, sehr cool. Dann könnt ihr die Arme natürlich 360 Grad, wenn ihr möchtet, rotieren. Wir haben hier keinen Biceps Swivel oder sowas drin. Wir haben einfache Ellbogen mit drin, die auch wirklich sehr, sehr gut gehen. Auch die sind so leicht auf Ratchet Joints, so wie es sich anfühlt. Und ihr könnt natürlich dann auch durch diese Ellbogen hier die Arme noch nach links und rechts bewegen. Auch da eine sehr gute Beweglichkeit. Die Hände bleiben starr. Also da ist jetzt nichts. Oberkörper ist natürlich jetzt hier auch starr. Ihr seht es ja auch schon, da ist auch nirgends eine Separation zu sehen. Also kein Gelenk eingebaut. Also wie gesagt, es ist halt für jüngere DC-Fans und wenn die damit spielen sollten, es gibt natürlich auch Leute wie mich, die auch ganz cool finden zum Sammeln übrigens. Also das Video ist ja generell hier nicht unbedingt für Kinder geeignet. Daher eher mal so für die erwachsenen Fans, die auch sowas gerne sammeln. Wobei ich stehen geblieben. Ich schweife wieder ab. Die Beine im Split. Perfekter Split. Wirklich sehr, sehr gut. Wir kriegen die Beine beim Tiger so weit nach vorne. Auch da bin ich sehr zufrieden mit. Nach hinten das Ganze würde auch. Ne, okay, das ist eingeschränkt. Was ich sehr interessant finde, ist, wir haben noch eine Oberschenkelbeweglichkeit eingebaut. Die ist hier. Seht ihr das? Da ist die Separation. Können wir so ein bisschen bewegen halt noch. Dann aber auch noch eine Separation, weil wir jetzt so gesehen das Knie hier haben. Wir können das Knie nicht wirklich so viel bewegen. Schaut mal hier. Da muss ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Auch gut, auch auf Ratchet Joints. Und auch hier die seitliche Beweglichkeit ist natürlich noch drin. Was ein bisschen schade ist. Generell hatte ich auch bei den letzten Spin Master Figuren, dass wir nie wirklich noch in den Füßen, also hier noch eine Beweglichkeit drin haben. Dadurch seid ihr schon fast gezwungen, die Figuren wirklich gerade hinzustellen. Weil es bringt euch nicht wirklich viel, dass ihr das so hinstellt. Ich finde, das sieht ein bisschen seltsam aus. Also dann einfach normal hingestellt. Sieht aber trotzdem sehr cool aus, muss ich sagen. Die Beweglichkeit bin ich zufrieden mit für die Größe. Auf jeden Fall. Ich kenne andere Hersteller, die bei der Größe eigentlich fast gar keine Beweglichkeit drin haben. Da macht das Spin Master schon wirklich sehr gut. Jetzt lasst uns mal gucken, wie die Accessories hier beim Tiger aussehen. Als erstes mal die große Kralle, die ich ja persönlich irgendwie echt cool finde. Also schaut mal, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Die Kralle braucht ihr hier einfach nur rüberstülpen. Das biegt sich zwar so ein bisschen minimal, aber ich denke mal, das ist okay. Also da hat der Bronze Tiger auf jeden Fall hier schon mal was Cooles zum Angreifen. Schaut mal, schön gemacht. Dann schnappt ihr euch vielleicht noch ein Schild. Diesen Schild hier. Den finde ich persönlich, wie gesagt, durch allein durch das Motiv vorne drauf sehr, sehr cool. Und der hat hier auf der Rückseite so einen kleinen Henkel. Na, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Dann könnt ihr das Ganze den Tiger hier reindrücken. Wie gesagt, äußerst vorsichtig. Und dann hat er hier... Oh, verdammt. Mensch, komm schon. Ich wollte eigentlich das Gelenk hier biegen. Dann hat er hier den Schild dann halt noch drin zur Abwehr gegen Batman zum Beispiel. Na, schaut mal. Hier. So könnt ihr das machen. Und dann lasst ihr ihn halt so ein bisschen angreifen und sich verteidigen. Finde ich persönlich auch sehr, sehr genial. Aber jetzt kommt der interessante Part. Jetzt kommen wir zu dieser Waffe, die wir dabei haben. Diese Shoulder Cannon, die mich so ein bisschen am Predator erinnert. Und ja, das könnt ihr natürlich beim Tiger hinten raufpacken. Ihr habt es ja schon gesehen, denn jede Spin-Master-Figur hat auch auf der Rückseite auf dem Rücken ein Packhole am Start. Und da die Waffe auch so gemacht ist, schaut mal von der Rückseite, dass sie hier so leicht angeschrägt ist, ist das geradezu perfekt, das hier reinzustecken. Na, und dann könnt ihr das ihnen hier über die Schulter packen. Und dann kann er halt hier auch nochmal ein bisschen, ja, auf Batman schießen mit irgendeiner Waffe. Na, also mit dieser Waffe, nicht mit irgendeiner. Na, auch interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, erinnert mich stark am Predator. So wie die Waffe aber generell aussieht, hier ist noch ein Haltegriff dran. Könnt ihr das auch, wenn ihr möchtet, einfach nur auslösen. Na, und dem Tiger dann halt in die Hand drücken. Das funktioniert auch. Na, finde ich persönlich eine coole Idee auf jeden Fall. Mal es vielleicht so ein bisschen mehr zur Seite hier das Ganze gedrückt. So, na, also das ist er. Da ist der Bronze Tiger. Wirklich eine coole Figur von Spin-Master. Ich war jetzt so ein bisschen skeptisch, weil allein so der Tiger-Modus oder generell wie der Tiger aussieht, das war jetzt nicht so meine Wahlfigur. Aber mit den Zubehörsachen, finde ich, wirken diese Figuren immer sehr cool. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Und es ist jedes Mal eine Freude, ein Spaß, diese Accessories auszupacken und zu gucken, Was habe ich jetzt da drin? Ist es vielleicht sogar was Rares? Also eine nette Sache. Und ich kenne tatsächlich einige, die sich von einigen Figuren mehr gekauft haben, also doppelte gekauft haben, um zu erhoffen, dass da drin dann halt so ein paar rare Sachen am Start sind. Finde ich eine coole Idee. Auf jeden Fall. Und die kosten auch nicht viel. Die sind, glaube ich, so um die 11 bis 12 Euro höchstens. Also da könnt ihr auch nichts falsch machen. Das soll es aber auch an meiner Stelle gewesen sein. An dieser Stelle natürlich sei auch nochmal gesagt, diese Review ist wieder von Freddy gesponsort. Also auch nochmal danke, Freddy. Will ich natürlich nicht vergessen. Die Spin Master Figuren. Sehr, sehr interessant. Und wie immer könnt ihr natürlich eure Meinung mal dazu unten reinschreiben. Generell, ihr müsst diese Figuren ja jetzt nicht zwingend mögen. Aber kennt ihr den Charakter? Kennt ihr den Bronze Tiger? Sagt er euch irgendwas? Oder ist das auch hier wieder ein Schurke aus dem Batman oder DC Universum, den ihr jetzt nicht so sehr gekannt habt? Das alles unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dennne dann. Und natürlich reingehauen. Bis dennne dann. Bis dennne dann.